Moin Moin, liebe Piraten und Landratten! Wir sind auf dem Weg nach Dortmund. Ich fahre zu einem Kumpel, der zieht gerade um. Es gibt so ein kleines Häuschen da in Dortmund. Auf dem Schnee heißt das da, der Ortsteil. Und ich werde ihm ein bisschen helfen. Nicht beim Umzug, das ist nichts für mich mit der Schlepperei. Aber er braucht noch ein bisschen Elektrik, da ich mal Elektriker gelernt habe. Ja, der Strom hier hat einen vernünftigen Beruf gelernt. Ich werde ihm jetzt noch ein paar Steckdosen, Lampe und sowas fertig machen. Ja, dann schauen wir halt mal an. Da sind wir jetzt halt unterwegs. Wetter ist recht angenehm. Wir haben etwas über 20 Grad, 25 Grad vielleicht. Sonne scheint. Kann man nicht meckern. Zumindest ist es nicht mehr so knallheiß, wie es letzte Woche war. Es war ja mehr als schlimm. Jetzt fangen wir mal wieder mit der Ampel. Scheiße. Naja, was sei Scheiße eigentlich. So tragisch ist es überhaupt nicht. Ja, ich hoffe, die Strecke gefällt euch. Es war nichts wahnsinnig weltbewegendes. Aber es geht. Viel Grün drumherum. Wir müssen nicht direkt in die City, in die Großstadt oder so. Es liegt auch schon in Dortmunder Vorort. Also auch nichts weltbewegendes. Wir fahren jetzt hier, ist schon ein kleiner Bergchen, fahren wir jetzt noch hoch. Auf der anderen Seite wieder ein Stückchen runter und dann sind wir schon da. Das passt. Ja, wie ihr seht, ich bin mit der Lowrider unterwegs. L-O-W. Lowrider. Weil meine immer noch in der Werkstatt ist, wegen dem defekten Simmering. Ich werde im Anschluss noch ein kurzes Video zu dem Motorrad machen. Hier zu der Lowrider. Ihr kennt die ja eigentlich schon, die treuen Zuseher. Aber noch ein paar abschließende Worte sagen, weil das Ding fährt sich wirklich nicht schlecht. Macht eigentlich Spaß. Für mich der größte Nachteil ist, dass ich im Moment mit Rucksack fahren muss. Weil die halt keine Taschen dran hat. Oder Koffer. Ist halt nicht. Ja, und für mich der nächste größere Nachteil sind die Fußrasten. Das ist eine normale Fußrastenanlage. Das ist also was, was mir nicht gefällt bei der. Aber das ist auch das einzige Manko. Aber das ist auch eine Einstellungssache, sag ich mal. Ich bin halt die nach vorne gelegten Fußrasten gewohnt von meiner. Und finde es jetzt etwas ungünstig, wie in der normalen Fußrasten. Die halt mittig unter dem Motorrad oder unter mir sind. Und nicht nach vorne gelegt. Aber es gibt Schimmeres. Wir hatten einen Landrat. Einmal zwischendrin den Strom nicht baut. Warte, wenn wir noch von einem Autofahrer weg sind. Ihr braucht das nicht. Der meint, der denkt ja immer an mir. Ja. So. 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 Boah, wir sind nämlich gleich schon da. Aber ihr seht, das war keine lange Fahrt. Jetzt noch ein Stückchen den Berg runter, dann rechts und dann sind wir da. Schnee. Wir sind ja auf dem Schnee. Aha. Gut, dass wir im Moment keinen Schnee haben. Sonst würde ich nämlich nicht mit dem Motorrad fahren. Nein. Komisch, ne? Der Stromi fährt bei Schnee kein Motorrad. Nein, nein. Das lassen wir. Vor allem das Haus, das er da jetzt gemietet hat, das ist so schön gelegen. Also von der Lage her ist das einwandfrei. So, wir sind auch schon fast da. Vorne steht das Auto von dem Kumpel. Dann sag ich mal bis später, wie gesagt, ich werde noch ein kurzes Statement zu dem Motorrad abgeben. Das ist ja wieder eine freundliche zur Verfügungstellung der Firma Motomax ist. Ja. Und dann sehen wir uns also gleich wieder. Bis gleich. Bye. 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 Don't tell me. I know a no. No, you won't save my life, save my life Baby, keep on you, keep on your mech in the way You and I will never be saved, be saved If the walls come down, will you pick me off the ground? If the walls come down, will you save me or burn me down? Will you pick me off the ground? 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 It's a 80 PS if you don't confuse it Will you think that all is a 107-inch motor That's the same low rider That's the same foot rider I've already set for 3-4 weeks Have the footrefer on the ground ist immer noch dran, man lässt sich aber gut damit fahren. Und was wir gemacht haben, die haben die Bremse wohl neu eingestellt, die funktionieren, also gefallen mir jetzt besser, auch die Interradbremse funktioniert jetzt vernünftiger als beim letzten Mal, da war sie ja ganz neu aus Amerika, jetzt hat sie schon 1000 Kilometer im Tacho. Ja, ansonsten ist es ein schönes Motorrad, macht Spaß da mitzufahren. So, ihr seht ja, ich habe genau die richtigen Motorradklamotten an, vor allem meine Stiefel. Hö, 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 hier. Naja, also, das war es eigentlich allerdings für heute, weil viel erzählen über das Motorrad kann ich nicht. Bikeporn haben wir gemacht, ich habe noch ein paar Takte erzählt, dann sage ich mal, liebe Piraten und Landratten, die Stromi Faust, ja! Und Tschüssi, bis zum nächsten Mal! Everything Changes Everything Changes Everything Changes Everything Changes